Jo und wieder mal herzlich willkommen bei Jojo spielt minecraft so wir wollen erstmal silikon herstellen reichlich haben wir noch netter quads netter oder muss ich wirklich wieder da rein und dann ja ich muss da wieder rein also da sind ja alles voll dann mache ich meine sachen alle hier rein ich lasse jetzt mal gucken das kann rein das kann rein das brot brauchen wir wir brauchen eine achse ok jetzt gucken wir mal das sollte nicht sein weil ich dich mitnehmen kann der kann rein der kann rein das sind alle vorne ja weil wir nun nicht warte mal das können wir doch schon mal durch schmerzen da haben wir noch fackeln ja jedes auch gut auf die können alle hier rein jetzt dann haben wir noch netter quads gehabt da können wir nun nicht rein gucken wollte von endersack ist so netter auch muss man wieder eingehen wir gehen ja jetzt erstmal netter fahren werden uns aber halt hier sie braucht die andere dies unten die ist hier unten und dann müssen wir noch mal brauchen wir nicht kommen wie schnell das geht oder relativ schnell ab war naja ist ja auch vorne so denn brauchen wir noch ein pick x dann können wir jetzt ins portal gehen und ich hoffe ich sterbe nicht gleich ich würde mal schnell ein schreibe ein brot essen dann habe ich volles leben und dann sollte ich ja laufen können wir proben bloß tun und das alles genau das portal steht da auch verkehrt muss ich sagen damit wir noch woanders hinstellen und schön ausarbeiten dann muss man was überlegen dabei mein haus muss ich auch noch fertig stellen ich ja aber netter fisch na ok brot können wir machen das kein problem da haben wir genug so funktioniert hat hier nicht ja ich muss ja auch mal nicht fahren bauen die das denn hier alles abbaut ach das war schon wieder drinnen ok white list ist richtig ignoriert habe ich das muss alles weg alles weg ja das mit mit so baut er nicht ab der muss doch hier rein das hat auch funktioniert ok du hast man sagt brot wieder von dort daneben peter da gibt es noch eine ach so hier wollen wir hin dann muss man gucken was wir hier haben der nimmt den nicht weiß dass wir welche haben die man nehmen kann ich bin ok das reicht noch andere sachen nehmen den kann ich mitnehmen hier genau warum soll man immer jetzt verbraten Brunnen und Schwert, Sword Mann hast du Sword natürlich für Eisenbässe und dann 6 auch 6, ok, dann nehmen wir Eisen dann ist gut so, einmal schlafen und dann können wir ins Ketal gehen ich hoffe, dass ich diesmal mehr Glück habe mit dem scheiß Viecher also der arbeitet schon ich muss mal gucken, was sind hier noch in den Kisten da müsste eigentlich noch genug drin sein, ne oh ja der baut noch richtig schön Strom produziert Strom richtig gut noch solange das Strom voll ist, ist in Ordnung so, wir bräuchten jetzt los tun und Quark ist offen ja, scheiße, ich bin schon wieder vergiftet so, wir können jetzt noch einmal das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sollte nicht, dass jetzt noch einer kommt und mich angreift. Gut, das haben wir geschafft. Endlich waren wir mal erfolgreich. Und jetzt müssen wir natürlich wieder rüberlaufen, schlafen. Was sind das denn hier? Ah, ah, okay. Also loszun haben wir genug. Und da haben wir jetzt loszun und denkst, haben wir erstmal genug. Es ist immer noch zu wenig, aber was soll's. Ne, doch, ist doch richtig hier. Da haben wir erstmal 42 hier rein. Ne, der Quarz. So, was war das jetzt? Ach so, ja, Silikon. Und das muss ich dann im Ofen, okay, das wäre ja dann hier. Genau. Und dann haben wir unser Silikon und dann können wir die Silikons machen. Ja, dann können wir wieder hochgehen und weiterkraften. Dann brauchen wir erstmal Silikon. Haben wir nur. Oh, ne, da sind wir. Frei gewesen. Silikon direkt haben wir nicht mehr. Ne, 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 okay, das ist nicht das Problem. Ein tiefer. Der läuft durch, da haben wir schon 10. Ja, denn wollen wir mal Silikon pressen. Die wollen wir doch. Ja, okay, das ist so, das einfach nur reinlegt. Genau so war das ja auch. Äh, da könnte man auch ein Trichter bauen schon, ne. Genau, da können wir das auch einigermaßen automatisch. Äh, Trichter. Da brauchen wir. Ah, wir haben so wenig Eisen, ne. Trichter, 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 Trichter. Oh, wie hießen das? Gehen wir mal Chefs an, nicht weiter, wie das gebaut wird. Geht das auch mit dem? Müssen wir mal gucken jetzt. Eigentlich ist das, das schaffen, ne. Nee, geht nicht, okay. Wir haben Holz. Na, da geht doch auch nicht. Ah, da machen wir das so. Schon haben wir unser Trichter. Genau so wollte ich das haben. Und dann können wir das jetzt hier reinmachen. Jetzt gucken wir mal, der sollte jetzt runterlaufen, ne. Ja, das ist verkehrt. Von hinten Strom, ne. Können wir nicht mal abbauen, okay. Ja, habe ich. Der machen wir es noch mal immer so, weil er muss von hinten beziehen und dann ist scheiße. Äh, wir können das aber automatisieren, ne. Ich gucke mal gleich. Wir gucken mal nach Inscriber. Jetzt hat wir einen automatisieren. Inscriber. Es gibt einen automatischen. Der ist es. Ach, wenn ich dann müsste der sein. Okay, da brauchen wir die, aber. Ja, ja, okay. Und wir haben nur. Ich schreibe Energy, Press Energy. Ja, den nehmen wir mal. Dann brauchen wir unsere Dias. Aber wo sind denn die jetzt? Zwei Stück brauche ich, ne. Ja, zwei Stück. Brauchst du noch mehr Dias, aber was soll's. Dann ist er hier drin, oder? Ja, im letzten. Nun, was bräuchte ich denn noch? Äh, ne, den wollten wir. Einen muss ich noch bauen, okay. Dann brauchen wir noch Rapstone. Zweimal. Äh, hier muss ich rein. Jetzt sind wir hier. Der war unten. Und der war oben. Ja, es tut sich was. Äh, das machen wir mal wieder weg. Ich brauche... Ich brauche... Halt. Da ist Holz. Den haben wir. Das braucht wieder Eisen. Ah, wo ist Eisen? Euren. 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 Euren da. Okay, jetzt nicht mehr viel, was wir haben. Aber wir brauchen jetzt einen vollautomatischen. Das füllen wir da dann noch. Da baue ich den ab. Ach, den muss ich doch reinlegen. So, dann haben wir mal einen und der sollte besser sein. Und da sollten wir alle reinlegen können. Ja, das sieht doch gut aus. Wieso macht der nix? Der hat doch Strom. Kann er hier durchlaufen? Nein, das ist doch kacke. Ach, das ist ja höher als 2. Okay. Hat er zerstört sich gerade. Warum können sie das denn zerstören? Wieso funktioniert der nix? Ich schreibe er nicht. Ah, okay. Und wo kriegt der sonst? Ah, ich hasse das. Du bist mir hier aber ein Arschloch. Komm, verpiss dich hier. Ja, los, komm, sterb doch jetzt. Jupp. Was hat er getroppt? Ein in der Auge. Okay. Wieso funktioniert der nix? Schreibe jetzt nicht. Der braucht doch Strom. Okay, nehmen wir mal den hier noch ab. Vielleicht braucht er von unten Strom. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben keinen Strom. Oh, man, oh, man, oh, man. Da müssen wir die anderen noch wieder bauen. Na toll. Aber der muss doch Strom kriegen, aber von wo? auch nicht kein plan jetzt das war verkehrt so das funktioniert wird ja nicht wo kriegt der strom wieso kriegt er kein strom ok dann lassen wir das ins kreiber ok das war kein eisen ok wunderbar kein eisen eisen sammeln schaufel bauen und schlaf ohne bräuchte nicht wir haben ja da eine schaufel die kümmern schreiben wieso da kein flassen strom der braucht aber eigentlich muss sie doch funktionieren so wir gehen das eisen suchen kriege ich meine waffel habe ich eisen das mit der farm will ich als nächstes weiter machen definitiv damit ich mein sachen kriege mit dem das mache ich danach und in diesem fall sage ich auch mal jetzt bis zum nächsten mal und nicht vergessen ein abo da zu lassen ihr könnt ihr auch kommentare herunter schreiben ist ja nicht verboten und schaut auch mal bei den anderen rein die freuen sich dann auf und ihr mal da was unterschreibt und reinschaut ja und ansonsten sage ich ja das war's dann für heute ciao